Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands. Wir haben nun das neue gebiet erreicht haben auch die erste quest soweit ich weiß gemacht und dann schauen wir doch mal was wir heute so erleben sagen ich weiß nicht was wir machen müssen wir schauen uns erst mal um hier sind wir gut so wir müssen was müssen wir machen aktivieren der schnellreise und großwildjäger wir doch erst die schnellreise so schauen erst mal hier noch dings gibt jetzt müssten er jetzt wieder da sein jetzt eine woche nicht gespielt hier ist die erste schade direkt eine blaue aber die ist schlecht naja mehr hin so grad läuft ja lila glas wird richtig fett so level 20 sind wir schon mal haben zwar erst zu 10 bis 20 prozent des spiels gespielt wow ne orange schweiß drauf die kaufen wir egal wie teuer es ist allein weiße gold ist static canatas geil 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 schnellreise aktivieren wie weit ist das zum auto auch so weit okay ich wollte erst nicht hinlaufen weil ich dachte das wäre zu weit ja spritzt so so hier ist doch der erste punkt wenn wir doch mal hier hoch wo hier ab aufpassen dass er mich nicht überfährt sonst sind wir direkt tot so nice war mein messer nicht auch irgendwo auf der maustaste so mal schnell gucken maustastatur tastzuweisung nahkampf maust4 ja dann geht's weiter weggeballert geiler sprung so jetzt müssten wir nicht hier hin was ist jetzt okay dann war es gerade kurz gebackt juhu aua nice ja da halt wow die sind ja direkt neben meiner ach der hauptschalter ist da hinten ja klar okay ups schnell wieder ins auto rein keine zeit zu verlieren heiß traumhaft echte experte am werk ach scheiß drauf gegner ich könnte sagen der muss doch sehen dass wir hier ankommen oh wieder das blaues wo ist er weggemesert so auch weggemesert überleben aber auch knapp wo wo jetzt wo jetzt muss ich aufpassen gehen lieber einfach runter Das hat mir irgendwie gefallen So, kann mal an der Nase kratzen, dem nur mal einem mitgeben und fertig. Oder ist ein Auto? Noch eins. Auf Autojagd. Starker Schuss. Direkt gegen die Bande. Oh, jetzt haben sie sich festgefahren, jetzt gibt's. Ahm. Geballert. Ach. So. Hi Freundchen. Level up. Geil. Ohm. Schilder durchschießen. Wow. Jetzt geht's ab. So. Ich kürze mal mit zuerst. 20, 20, 18, 18, 20, 20, 18. Die machen wir nebenbei E. Das da. Und das da. Jo. Das geht. Das ist schon die erste. So. A1. Das war schon mal der erste Tank. Jetzt räumen wir noch die Reste hier weg. Alter, finden wir grad viel blau. So. Richtig geil. Ne. Können sie nicht. Können sie nicht. Nice. So. Weiter. Ich bin einfach der bessere Autofahrer. Oh. Oh. Schmell hin. Oh. 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 Seid ihr nur Aufträge, wo Strom geht, mein Zeug zu schorten? Ich glaube, ihr setzt diese Dreckskerle nur... Bam! Sieben von acht Blatt gemacht, schön. Nice. Oh wow, da ist der Achte. Wo ist man Deckung? Jetzt. Oh, weg, 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 weg. Was passiert hier? Oh, er hat mich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen. Banditen hin oder her, das waren astreine Flitzer. Ich werde niemals sterben. alle weggeballert das geiles zeug alle weggeballert mit allem besser was so das ist fertig das machen wir noch nicht erstmal zerstören wir den letzten Benzintank aufstellen hier ist glaube ich die Jagd da liegt schon eins da unten liegt eins na hier die schöne feuer ähm noch eins hier drin na logo so ich bin da irgendwie dran ohne dass ich da hoch renne nice jetzt hier rein die Staffel da hoch denk mal schon so so hoch danke Aufgabe erfüllt am Rad drehen drehen am Rad und mit schwung das war das schlechteste was ich seit langem gesehen habe so warum dreht sich das dann eigentlich immer aus dem Krieg machen wir so Transfusionsgranaten heilt mich Alter mein Leben geht hoch wie sau oh fuck stirbt boah ideales timing geil dass der erst gestorben ist nachdem ich gestorben bin hier ist auch der Köder oder was hier 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 ich behalte die Healgranaten die sind geil hier 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 haben wir ja schon wieder drei Quests gemacht es läuft ja heute richtig produktiv der wir Ich bin mal ein Timer. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Folge schon ging. Äh, wir gucken schon durch. Ich hatte den Insekten. hier müsste letzter tank sein was geht hier ab alter schwierig zwei schüsse tot wir kennen ja alle tricks und wieder was ledern ist im gesundheitsregern hat es war besser als der auto ist das hier nur bei autostock naja schauen wir mal was uns hier hallo warum bin ich denn alter alter ich will doch fahren wir haben wir an uns sparen uns spaß hat uns schon mal festgehalten wir müssen von den töten 50 50 50 50 50 50 100 Auf jeden Fall eine gute Idee, den Ding mitzunehmen. Oder mit dem Rakettenhörfer. Hier sind aber auch viele Fischer. Zum Glück hasse ich Käfer und Spinnen und sowas. Und wünsche allen hier einfach den Tod auch. Teilweise nicht mal aus der Erde raus. Dann werden einfach nur platt gemacht. Werder zum Beispiel. Werder zum Beispiel. Werder. Werder. Vielleicht geht's auch ab. Aber ich glaube macht das einen Spaß die Platte fahren. So. Großfeldjäger. Das weiß ich was ist. Ventil. Wo ist das letzte Ventil? Da oben war eins. Ach war das ärgerlich. Juhu. Dann hacken wir noch ein bisschen. Blup. 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 Abgefedert. Traumhaft. So. Da ist der eine Boss. Davor werden wir nochmal die Quest abgeben. Verkaufen. Und so ein Scheiß. Und nach der Runde. Nach der Aufnahme wird dann wieder WoW gezockt. Pass auf. Ja. Ich bin auch. Pass auf. Ich bin auch. Pass auf. Das Rad ist nicht hier. Ja. Nein. Äh. Gut. Fahren wir halt weiter. Ah. Oder hoch. Ne. Wir lassen unser Auto hier. Weil im Moment kommen wir nicht mehr raus. Ja. Es ist doch. Jetzt würden hier jetzt nicht viele Käfer kommen. Ja. Überraschend. Schöp. Konzentrationsgranaten hinmachen. Die regeln das. Ja. 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 Das. Ja. 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 Und. so mission haben wir jetzt noch großwürdige geister der kammer wollen wir noch geister der kammer abfahrt aber so wo 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 die größe kommt es nicht an schön jetzt haben wir runter ich will die scheißwaffe nicht mehr mit meiner guten tauschen hallo kann man mal aufheben das kann ich will jetzt alle dreck mitnehmen so was geht hier ab wauw 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 alter geht hier wauw k k k k alter kommt irgendwie stark noch mehr so nehme ich doch mal meine schockwaffe was ist das ein artefakt und alle fack was gibt es hier? inklusiv artefakt, nice transfusion, stärkere, nice jetzt habe ich denn ein schild hier oben drin 209, schnelle aufladung, was kommt der? so, ich bin zur gesundheit los, ab geht's nice, 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 halb 6 schneiden, hochladen, training ah, dann ist der tag auch wieder rum super so, kommen wir wieder hoch das wird wieder hell, der hängt in der wand, hast du das gesehen? habt ihr das gesehen? der hängt da, liegt einfach in der wand so, dann gehen wir jetzt die quest abgeben dann würde ich sagen, geben wir doch mal dem großwild keine ahnung, warum ich nicht näher ran gefahren bin ich kann es euch nicht sagen chill request ab ah, das ist der boss von dem gebiet schön, fast ein level ab jetzt nochmal verkaufen oh wow, die eine hole ich mir nochmal zurück so, rückkauf, rückkauf, rückkauf das wollte ich nicht weg damit gehen ich hab ein brandrevolver das mal und das mal was haben wir denn jetzt? explosiv 2, brand 2, shock 1 nehme ich mal explosiv so, der boss hat soweit ich weiß keine rüstung das heißt, wir nehmen feuer mit und ach komm, nehmen gerade das auto so, dann gehts mal zu dem ersten kleineren boss in dem gebiet noch mal schnell gucken, wie lange wir schon aufnehmen gut so los gehts haben wir genug munition dabei ich hoffe es ist 60 was wo wird der boss rauskommen? wird er aus dieser verdächtig wirkenden höhle rauskommen? wo schon geräusche rauskommen? wir werden das wohl erfahren und macht er sein maul am anfang auf? so einen schuss kommt nochmal ok 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 lex ok 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 Ah, dann geht er bald an. Wenn der jetzt nochmal sein Maul aufmachen würde. Hat der Skritten Damage gemacht. Alter Schwede. Den hat es ja richtig zerballert. So, 60% Wahrscheinlichkeit, dass wir Schilde durchschlagen. Das heißt, Gegner mit Schild können uns bald nichts mehr anhaben. Geht natürlich hoch bis auf 100%. Balance. Geht es hier noch irgendwas machen? Können wir hier noch eine Trugel? In der Höhle oder? Ne. Was ne Scheiße. Hm. Ein bisschen Munition wäre gut. So, jetzt müssen wir. Auto steht da oben. Kommt mal am Kopf kratzen. So. Fahren wir doch mal weiter. Können wir die eine Quest noch abgeben? Ja. Ja. Hier. Wir sind hier. An seinem guten Freund auf dem Klo. Wir sind hier. 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 Wie ist mein Mund sehr Warm? Da gibt es nämlich Lilanus Sniper Dann etwas wieder ausrüsten Das Elefantengewehr Das Besondere Es hat kein Visier Macht dafür Ultra Damage Und ich würde sagen Lieber Damage Als ein Visier Also Los geht es Richtung Boss Noch mal am nächsten jucken Beziehungsweise kratzen Okay, das ist Mad Mel Ich kenne ihn Der hat mir meine ganzen Kragen geklaut Und diesen Pennern verschabelt Hey, grüß ihn von Scooter Und damit meine ich Leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? So, da ist der Boss Und da werden wir jetzt Natürlich Nicht reinfahren Sondern Das kommt erst in der nächsten Folge Ich hoffe es hat euch soweit gefallen Und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein Dann seht ihr auch, wie wir den Boss töten Oder er uns Macht's gut Gude 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 Gude